So weit 48 prozent Und müssten jetzt im tropfenden kessel sein Hallo wir sind um tropfenden kessel Das war total behindert Okay Wir sind jetzt gerade bei einer stunde acht wir könnten natürlich 23 uhr 27 haben wir es jetzt am samstag abend ist natürlich nichts Und hier unten können wir zum beispiel einmal rein und hier irgendwas Ach das ist wenn wir alle haben glaube ich oder alle 24 da alle 24 da und so Ich vermute es mal Oh mein gott das ist so eine geile bar hier unten Ohne scheiß ne ich würde das so ich würde so geil Voll schnuckelig da unten So Wir wollen mal eben Ähm Leck mich Ne erstmal charaktere kaufen hatte ich vor Denn Wir haben Geld Und Harry hat sehr sehr viele Dings hier haben wir Hermione Ron 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 Alter Ron Hermine hat nicht wirklich viele Wenn ich mir wenn ich das gerade so richtig gesehen habe Madame Irgendwer Professor der komische Opa Dann haben wir hier Percy Weasley Neville Longbottom Ginny Colin Irgendwas Hallo Herr Das war gleich Äh wer war das Das war Dean Thomas Dean Thomas Den habe ich irgendwo schon mal gehört Vielleicht war der ja mal wichtig Okay es ist Nein Oh So Nein Ach Mist Dadurch kriege ich das hin Aber ne So Ich dachte immer Ich denke immer das ist Yoda ey Ohne scheiß Äh Das ist ein Fragezeichen Wir haben noch Oh die Gitarre ist Der ist bestimmt böse Da war krumm als Hai Okay Ja Bisschen doof ist natürlich Dass wir keinen Bösewicht haben Den müssen wir nochmal irgendwo her Zaubern Zaubern Witzig Oh Komm Fällt mir gerade auf Wir kommen ja auch hier hin Wo geht es denn hier hin Ja wo geht es denn hier hin Jo Haben wir einen Charakter Den wir natürlich ja Sowieso Nein Logischerweise noch nicht haben Wer ist das Igor Karkarov Aber der ist bestimmt nicht böse Böse Weil Kann ich mir aber nicht vorstellen Oh Der bloody Barone Eine blutige Baron Okay hier ist immer noch einer Ich verstehe es gerade nicht Was muss ich denn da machen Ach so Einfach das da Wer bist du Gerissener Zauberer Ach Alle nicht böse oder so Ist doch voll doof Einmal da rein Oh Borgen Wie heißt das Ding Noctur Borgenenbergs Okay Das war ja mein Level hier Was Bitte Okay Pusten 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 Und das gleiche nochmal hier Oh Nochmal hier Oh Nochmal hier Yes Haben wir hier Ein paar Fishies Auch über das hier Ist ein Goldener Stein Na Jetzt haben wir es aktualisiert Davon Ich bin gespannt Was man hier aufbaut Mhm Ja Okay Ach der kriegt jetzt so einen Coolen Hut und einen Stab Und der hängt es bestimmt So eine Runde ab hier Das war so klar Okay So ansonsten Hier hinten ist nichts mehr Ne okay schade Hier hinten haben wir also auf jeden Fall noch etwas Wenn wir alle 200 goldenen Steine kriegen Das ist echt Boah Also Bis dahin Dauert es bestimmt noch ein wenig Aber das werden wir schon noch schaffen Keine Sorge Mhm Auf jeden Fall brauchen wir Bevor wir Wir brauchen Wir brauchen Bevor wir Mit dem Dings starten Mit dem Was haben wir hier Weiß ich gar nicht Ah so Okay Zauber Äh Bevor wir mit der Mit dem Mit dem Mit dem Mit dem starten Brauchen wir auf jeden Fall Also was ich mache Ups Slugus Erecto Okay Jaja Hau mir das Ding da oben drauf Das dauert jetzt ein bisschen ewig Ähm Auf jeden Fall Brauchen wir einen böse Wicht Auf jeden Fall Das ist sehr Sehr wichtig Entomorphous Sehr spannend Ich habe keine Ahnung Was die ganzen Zauber hier bringen Ich kaufe sie einfach mal Tarantalegra Äh Okay Ich könnte mir denken Dass es irgendwie so ein Zufallszauber ist Das Das was oben ist Lecomo Lecomotor Irgendwas Lecomio De La Plata Oder so Redactum Skulus Mhm Auf jeden Fall Ich möchte mal gucken Wie viel haben Aha Wow Das kostet vier Mille Bis dann haben wir aber Noch genug Kohle Also das sollte nicht Colovaria Okay Malaria Kalvorio Hat irgendwas mit den Haaren Alles zu tun Alles an den Haaren herbeigezogen Antikulatia Alter Schawutzki Meine Fresse Hermifors Herpes Glacius Auch schön Das sieht ja glasig aus Ich frage mich welchen Zauber man dann wirklich nimmt Ich meine das sind jetzt tausend Zauber die man da hat Oder ob man sich immer einen vorher aussuchen muss sozusagen Flippendo Das heißt dass man hier sozusagen wenn ich jetzt den hab dass ich dann da jetzt drauf drücke Ne Okay Stolperfluch Mensch Ne Oder Ne Stupor ist der hier Genau Vielleicht ist so gerade zufällig der Stolperfluch Stupor Aber ne Stupor einer der bescheuertsten Zauber die es gibt Und jetzt hauen wir uns erstmal schön unsere halbe Unser halben Bam Ax Axio Axio Axi Axia Wie auch immer Irgendwas Huch Was ist denn das Da können wir Codes eingeben was wir natürlich gar nicht wollen Nö Also es ist scheinbar der ganz normale Zauber Aber weiß ich nicht was der jetzt bringt Ich meine Irgendwas muss der ja auch bringen Naja Gut So Hier das hab ich ja schon mal gezeigt was hier drin ist Insofern ist es nicht so spannend Ich will nur wissen welche Türen wir bereits geöffnet haben Hier gibt es ja die Bonus Level Oder welche Nicht welche wir geöffnet haben Sondern welche wir alle öffnen können Erste haben wir geöffnet Zweite haben wir nicht Können wir auch öffnen Dritte können wir öffnen Vierte können wir öffnen Alles klar Bis dann